Hallo, ich bin's wieder, euer Charlie. Wir haben jetzt das Froneichen am Wochenende 2013 und wir sind hier mal kurz entschlossen wieder an die Eder gefahren. Ja, das Wetter ist nicht so berauschend, es ist kalt, Temperaturen 9 Grad, auch das Wasser, das ist quasi Kaffeebraun. Müssen wir mal gucken, was wir kriegen. Ja, dann wünsche ich uns Petri Heil und euch viel Vergnügen mit diesem Film. Jetzt sind wir an der Eder und das Wasser ist leicht angetrübt, aber das wird schon irgendwie gehen, sag ich mal. Das wird sehr, sehr schwer werden. Das Wasser ist leider, leider braun und auch sehr hoch und schnell. Bis zum nächsten Mal. Ja, die ist gut 50 Zentimeter. Ja, super. Ja, super. Ja, hooo. Ja, hooo. So Leute, zweiter Tag, neues Glück. Gestern haben wir gut gefangen, Forellen und auch ein Döbel und heute geht es mal hier an das sogenannte Schwarzenauerwehr. Das ist das untere Stück von der Fischerei. Ja, versuchen wir mal unser Glück. Ja, mir ist gerade gelungen, eine Bachforelle zu fangen, die wir so gute 40 Zentimeter haben. Ja, wünsche ich mir auch mal Petri Heil. Ja, ich habe sie gerade abschlagen. Drills kann ich hier gar nicht zeigen, das ist leider schade, aber es ist auch eine schöne Bachforelle. Ja, wieder Petri Heil gehabt. Ja, wieder eine Forelle, auch gut im Maße. Das ist das Schwarzenauerwehr. So, jetzt haben wir mal Strecke gelegt. Wir haben jetzt ein Uhr nachmittags. Wir haben jetzt hier neun Fische. Ist doch schon was. So, jetzt haben wir mal Strecke gelegt. Ja, wieder eine schöne Rotgedufte. So, Leute. Der Angelfilm ist nun zu Ende. Wir haben gut gefangen. Zwar nur Forellen, aber immerhin. Davon aber reichlich. Ja, dann wünsche ich noch viel Vergnügen mit diesem Film und sage Petri Heil, bis zum nächsten Mal. Ein super Angeltag. Leider. Bis zum nächsten Mal.